Herzlich Willkommen zurück zu The New, ne, falsch, The Canon Super Mario Brothers, oder so, Canon New Super Mario Brothers Wii, genau, so heißt der Hack. Ich war noch im alten Titel drin, vom vorherigen Hack, ähm, und das Canon davor ist jetzt ungewohnt, Welt 5.3 sind wir jetzt, und schauen uns das mal an. Ach, schöne Musik, wie soll ich den denn schaffen? Am besten so mit Eisblumen im Moment. Ach, 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 was denn Scheiß? Gott, du bist ganz schön kacke. So, drehen wir ein. Mit der Eisblume haben wir einen großen Vorteil, glaube ich, sonst müsste ich hier vorsichtig vorgehen, aber man kriegt hier sogar eine Eisblume. Ist sogar so gedacht, finde ich schön. Auch schöne Musik übrigens wieder. Musik werde ich jetzt, glaube ich, jedes Mal erwähnen, weil sie ist echt awesome. Ähm, oh Gott, das dreht sich auch bei, bei, bei Schüssen, sehe ich gerade, hier, wenn ich so drauf schieße. Cool, ist mir vorher nie aufgefallen. Dreht sich das auch bei Goombas, äh, Koopas? Ich hoffe nicht, oder? Doch, tut es, wow, ist mir auch noch nie aufgefallen. So, bleib mal da. Ich möchte mal gucken, was da drin ist. Jetzt gehen wir mal wieder weg. Aua, 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 so. Boing, tot. Kann ich da rein? Dann hätte ich wahrscheinlich in die anderen Röhre reingekonnt. Aber, ist ja auch egal. Uh, wenigstens nerven die Dinger hier nicht so, die stehen rum, das nervt nicht. Die sind einfach nur da. So. Ähm, ui. Checkpoint. Den möchte ich jetzt nicht verkacken. So, wunderbar. Und, hepp. Ist der Checkpoint eigentlich immer mit ner Mario-Flagge dran? Oder ist das auch irgendwie editiert? Ich glaube nämlich, dass das editiert ist, oder? Also, mit so einem Mario-Face drauf. Oh, das war doof. Ähm. Das war sehr doof. Fällst du jetzt mal runter, oder so? Gehst du kaputt da durch? Nein, gehst du nicht. Mach mal so. Ähm. Das ist sehr nervig, dass die... Aha! Dass die sich gerade immer drehen. Oh, gib mir mal eine neue Eisblume, oder so. Das wäre sehr, 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 sehr nett. Nicht? Okay. Oh Gott. Moving Platforms. Und der Cooper lässt sich nicht verarschen. Schlauer Cooper. Oh Gott. Nein. Wow. Es wird schwerer. Es wird schwerer, aber stufenweise. Und das ist das Schöne. Ähm. Gut. Ich nehme natürlich ein Item. Das Level werde ich jetzt nicht aufgeben. Ich habe einen Checkpoint. Ähm. Wir können natürlich mal fliegen. Das ist jetzt so die Pussy-Option. Aber ich mach mal. Bin ich halt eine Pussy? Ist ja auch egal. So. Ich verliere die eh gleich wieder. Oh Gott. So. Machen wir mal einmal im Schnelldurchlauf. Ich war wahrscheinlich eh kurz vorm Ziel. Hoffe ich. Ah. So. Hier bin ich gestorben. Okay. Dann. Die Checkpoints sind auch super gesetzt. Muss ich gerade sagen. Immer da gesetzt, wo man sterben könnte. Okay. Dann hat sich das mit dem Fliegen auch erledigt. Dün, 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 dün. Was ist denn da drin? Warum ist das so schwer erreichbar? Ah. Eine Ranke wahrscheinlich. Oh. Wie cool durchdacht das ist. Mein Gott. Nein. Da ist das Ziel. Ich möchte auf den draufhüpfen, um das Leben abzugreifen. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Man kann Blumen anscheinend nicht vor Gestein setzen. Weil da jedes Mal eine Lücke ist. Oder ist das einfach so gemacht worden? Hm. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Gut. Ab ins Schloss. Ich bin gespannt, wie die Schlösser hier sind. Weil das ja so ein Mini-Hack ist. Muss ja jedes Level verändert worden sein. Und ich erhoffe mir kein wiederholendes Level, was wir schon kennen oder so. Ich bin gespannt. Wirklich. Also. Welt 5 Schloss. Aha. Und es ist auch wieder Yoshi's Island 2 Musik. Äh. Yoshi's Island. Allgemein Musik. Ich weiß gar nicht, ob das Teil 2 ist. Yoshi's Island ist das auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Das weckt Erinnerung. Ach. Schön. Ich mag die Musik gegen Yoshi's Island sowieso. Da-da-da-da-da-da-da. Finde ich eh viel besser als die Musik in Mario teilweise. Also in den alten Marios. Vielleicht auch, weil die Mario-Musik halt einfach schon total tot gehört ist. Also das ist, weil man sie ständig hört. Ähm. Was ist er denn? Ist der gemeingesetzter. So, ich möchte da hoch. Nein, ich möchte da, da, da bleiben. Kann ich links und rechts hoch? Nee, nur rechts. Okay. Dann warten wir halt. Und es ist ein editiertes Schloss. Ich kann das immer nur wiederholen. So, Checkpoint. Wunderbar. Und ein Power-Up. Power-Ups sind aufhergesetzt. Ah, es wird immer besser. Ich lobe diesen Heck gerade hoch. Und ich hoffe, er enttäuscht mich nicht. So. Nein. Ach, Mann. Das ist eine doofe Stelle. Ich könnte natürlich den Bullet Bill auch benutzen. So, jetzt aber. Ich gehe mal ein. So, jetzt klappt es. Jetzt habe ich es raus. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, friere ein. So. Super. Klappt ja supi. Warum ist da eine Röhre? Kann ich da rein? Nee, da wäre ich irgendwie rausgekommen wahrscheinlich. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier drauf? Ah. Nein. Nicht da drauf. Was? Wo muss ich denn? Ach, du großer Gott. Schwierigkeit zieht an. Schwierigkeit zieht an. Mayday. Mayday, Mayday. Oh, Gott. Okay. Oh. Oh. Okay. Aber hat mir gefallen. Oh, schön. Gut. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. Irgendwie noch ein Power-Up oder so? Nein? Irgendwie da in den Fenstern drin? Okay, nein. Okay. Ich bin nicht auf den Boss-B-B-B-B-Boss gespannt. Ähm. Ob der auch editiert wurde? Ja, ein bisschen. Zumindest nicht Musik oder Awesome. Bei Boss-Musik sind die Hexen ja immer ganz gut. Aber das ist Mario Party, oder? Ist das nicht Mario Party? Ich glaube schon, ne? Müsste Mario Party sein. Die Musik. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Echt. So. Geht doch. Müsste aber Mario Party Musik gewesen sein. Und der Boss war schön. Nicht viel verändert, aber er funktioniert. Bin mal auf die nächsten Level gespannt. Tschüss. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt bis zu dir kommen. Ich glaube eher, dass wir gleich wieder in der Kanone landen. So. Ich darf speichern, habe ich gehört. Das erste Mal, glaube ich, sogar in dem Hack. Das erste Mal in Welt 5 speichern. Das muss einem auch erstmal klar werden. Ne? Bist du Bescheid? Gut. Welt 5-4. Ich bin gespannt. Okay, und jetzt auch jedes Level eine andere Musik. Ich habe noch keine wiederholende Musik gehört. Und dann ist es auch noch schöne Musik. Och Gott, ihr? Ihr seid grün. Normalerweise seid ihr schwarz, oder nicht? Ich soll da rein. Höhlendevel, Höhlendevel würde ich auch mal begrüßen. Nicht? Okay. Ein wolkiges Level. Okay. Okay, das Pferd. Das wird mir nicht gefallen, da muss ich die Gegner eigentlich nicht mehr drauf zerstören. Und in dem Mario zählen die Münzen, glaube ich, gar nicht als Sprite, oder? Nö. Was ist hier drauf? Ach, was seid ihr denn? Mini-Mäuse. Gab es die im Original auch? Ja, toll. Ich möchte doch... Oder... Oh, da war eine Maus an mir dran, habt ihr gesehen? Deswegen konnte ich gar nicht so springen. Zählen? Münzen? Oh, Münzen zählen doch als Sprite. Okay. Oh nein, diese Mäuse. Tschüss. So. Keiner hoch. Klingt nur wahrscheinlich null. Oh, nein! Ich wollte zum Pow-Block. Ich weiß nicht warum. Ich wollte ihn haben. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen. Äh, das Sprungbrett mitten zu nehmen. Ich nehme mal einen Pilz mit. Power-Ups kriegen wir ja sofort. Ich habe auch jetzt gegen so ein Level gar nichts. Weil es schön ist. Es ist... Entspannender als andere Hacks, auf jeden Fall. Könnte auch in der Musik liegen. So, los geht's. Wow. Das war knapp. Lass mich doch da rein, verdammt. Bevor der Vogel mich trifft. So. Und abwärts. Stirb. Gib mir die Münze. So. Ah, was mache ich? Nicht sowas tun, Mario. Nicht sowas tun. Hup, 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 hup. So. In diesem wagemutigen Sprung gesehen. Ich auch nicht. Da war nämlich keiner. Ach, hau ab. So, kaputt. Da ist ja hinten nix. Ne, ne? Jetzt würde ja der Zähler hochgehen. Ach, kommt mal runter, ihr Mäuse. Pung, pung, pung. Stirbt alle. Stirbt. Geht kaputt. Ich möchte... Ich möchte... Den mitnehmen. Und den mitnehmen. Und den im Fall eines Notfalles benutzen. Im Falle eines Falles. Jetzt. Das war mit... Wow. What the fuck? Und nächste Eisblume. Oh, wie fair das alles ist. Ich liebe es. Nein. Oh, das ist aber jetzt... Okay, habe ich gerade fair gesagt? Nein, vergesst es. Hier ist nix fair. Zumindest nicht an der Stelle. Geht kaputt. Gott. Geh weg. Geht doch alle weg. Nimm das. So. Nimm das. Kann man euch damit töten? Ich weiß es nicht. Nimm das. So. Nein. So. Ei, ei, ei. Zwei Baums. Das wird zu viel. Und ein Gumba. So, geht mal da runter, genau. Ah. Warum ich das getan habe, ich weiß es nicht. Ach, bleibt hier liegen. Ich kann da gar nicht lang. Scheiße. Gott. Das war knapp. Ich möchte das Power-Up haben, das hier drin ist. So. Ist cool, dass überall ein Power-Up drin ist. Geht doch kaputt. Mein Gott. Es ist doch nicht so schwer, kaputt zu gehen. Den behalte ich mal. Ein bisschen. Bis die da runterfallen zumindest. So. Wo ist denn jetzt einer noch drauf hier? Zählt das Sprungbrett etwa? Oh, hier ist eh vorbei. So. Und ihr kommt mal... Die kommen da oben raus, ne? Immer? So die ganze Zeit? Oder kann ich da rein? Ich kann da rein. Oh, cool. Alle Münzen. Unbewusst gesammelt. Voll cool. Oh, es geht weiter. Na toll. Das Ding ist schneller. Okay. 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 Nein. Ich werde nicht sterben. Nein. Ich möchte auch gar nicht sterben. Oh. Und das ist das Ziel. Cool. Das war knapp. Böse. 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 Puh. Sehr gut. Ein Level noch. Komm. Das hat jetzt aber auch recht lange gedauert. Obwohl, wir haben das Schloss noch gemacht in dem Part, ne? Okay. Geht ja noch. Gut. Ich kann jetzt zwischen zwei Leveln wählen. Ich nehme das untere. Das Geisterschloss möchte ich mir für den nächsten. Nächsten Part aufheben, weil das könnte lange dauern. Ja. Dieses Level hat keinen Exit. Was? Börder. Okay. Ähm. Cool. Gut, gehen wir doch ins Geisterhaus. Aber wenigstens, wenigstens wird, ne? Einfach hingeschrieben, es hat keinen Ausgang. Geht nicht. Warum geht das nicht woanders? This Level has only one exit. Ja, damit wir wahrscheinlich in die Kanone kommen. Habe ich ja gesagt. Und es ist ein verändertes Geisterhaus. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Denn, denn. Warum? Was sind das für Bohus? Kenne ich die? Ohne Scheiß, kenne ich die? Gerade keine Ahnung. Gibt es die im Original? Ähm. Ah, den gibt es im Original. Den Rage-Tüten. Den Rage macht. Haha, verarscht. Die Tür mich auch. So. Ich meine, die Bohus sind ja immer da. Ach nein, nicht ihr. Ihr seid nicht lustig. Wobei. Ah. Wobei ich euch ja jetzt wenigstens sehe. So. Hüppah. Musik kenne ich übrigens nicht. Dann schlag mal das Ding runter. Komm her. Sia. Oh nein. So. Lass mich da rein. Ähm. Oh Gott. Das sieht böse aus. Aber machbar. Und ich hoffe, da ist ein Power-Up drin. Ja, danke. Ja, gib mir dein Fass. Und du komm auch. Ja, danke schön. Du Arsch. So. Kann ich da rein? Nö. Höh. Ach, du Scheiße. Der war ja gemein. Tür. Nein. Okay. Münze. Fun. Mach hier ne. Buhu-kreisi. Oh Gott. So. Power-Up. Wenigstens gibt es hier Power-Ups on mass. Ah, Riesen-Buhu-Huf. King-Buhu. Gingen sie. Warte da. Nimm das. Und ich nimm das. Den Weg hier zumindest. Gut. Na? Tot? Tot. Fake-House. Äh, Tür. Ich bleib mal so stehen. So bist du mir am liebsten. Halte die Augen zu, dann siehst du mich nicht. So. Oder er, ich seh dich nicht, weil du dir die Augen zuhörst. Aber er sieht mich nicht. Nein. 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 Ich möchte meinen Power-Up behalten. Ich möchte dieses Power-Up haben. So. Okay, da möchte ich rüber. Ha, 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 ha. Wahrscheinlich eine verarsche Tür. Nein. Okay. Hätte ich dem Level jetzt zugetraut. So von wegen, ha, ha, du hast eine Tür nicht untersucht und das war die richtige. Wo ist die Öffnung? Da ist die Öffnung. Soll ich denn da hochkommen, bitte? Egal. Die One-Ups haben wir trotzdem bekommen. Dank dem Buhu-Kreis. Diesen Weg. Ab in die Kanone. Ab zur nächsten Welt, wie ich gesagt hatte. So. Denk ich mal. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Genau. Das, was ich gesagt habe. So. Gut, aber in die Kanone. Gehen wir erst zum nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.